Der DHB-Pokal 2014 war die 40. Austragung des Handball-Pokal-Wettbewerbs der Herren. Pokalsieger wurden die Füchse Berlin mit einem Sieg über SG Flensburg-Handewitt. Hauptrunden an der 1. Runde, deren Auslosung am 4. Juli 2013 stattfand, nahmen mit den zwölf Bundesligisten, die in der Saison 2012 13. die Plätze 7 bis 18 belegten. Allen 20 Zweitligisten der Saison 2012 13. und den 20 Vereinen aus den Landesverbänden 52 Mannschaften teil. Die Spiele der 1. Runde, in der die Vereine nach geografischen Gesichtspunkten in eine Nord- und eine Südstaffel eingeteilt wurden, fanden bis auf wenige Ausnahmen am 21. August 2013 statt. Die angegebenen Ligen der Teams entsprechen der Saison 2013 14. Bis zum Viertelfinale haben immer die Spielklassen tieferen Vereine das Heimrecht gegenüber den Spielklassen höheren. Die Gewinner der einzelnen Partien entzogen in die 2. Runde ein. Nord-Süd 2. An der 2. Runde nahmen 32 Klubs teil. Die 6 Erstligisten, die in der Bundesliga-Saison 2012 13. die Plätze 1 bis 6 belegten, sowie die Sieger der 1. Runde. Die Ligen der Teams entsprechen der Saison 2013 14. Für die 2. Runde waren folgende Mannschaften qualifiziert. Die Spiele der 2. Runde fanden am 22. und 23. Oktober 2013 statt. Die Gewinner der einzelnen Partien entzogen ins Achtelfinale ein. Die Auslosung der 3. Runde fand am 27. Oktober 2013 statt. Die Ligen der Teams entsprechen der Saison 2013 14. Für das Achtelfinale waren folgende Mannschaften qualifiziert. Das Achtelfinale fand am 11. Dezember 2013 statt. Die Gewinner der einzelnen Partien entzogen ins Viertelfinale ein. Das Viertelfinale fand am 26. Februar 2014 statt. Die Ligen der Teams entsprechen der Saison 2013 14. Folgende Mannschaften sind qualifiziert. Finalrunden Die Endrunde, das Final vor, fand in der O2 World in Hamburg am 12. und 13. April 2014 statt. Die Auslosung der Halbfinals fand am 28. Februar 2014 statt. Die Ligen der Teams entsprechen der Saison 2013 14. Für das Halbfinale sind folgende Mannschaften qualifiziert. Die Spiele der Halbfinals fanden am 12. April 2014 statt. Der Gewinner jeder Partie zog in das Finale des DHB-Pokals 2014 ein. Rhein-Neckar Löwen Der Gewinner der Partie ist Sieger des DHB-Pokals 2014. SG Flensburg-Handewitt Füchse Berlin Füchse Berlin Füchse Berlin Schiedsrichter Füchse Berlin Füchse Berlin Füchse Berlin Füchse Berlin Untertitelung des ZDF, 2020